Union bezaubert bereits vor dem traditionellen Weihnachtssingen an der alten Försterei. Mit Jesse Marsch beweist nach Jürgen Klinsmann der nächste Amerikaner, dass für die McDonalds-Erfinder nicht viel in Deutschland zu holen ist. Wer könnte Nachfolger werden? Trump hat ja seit der letzten Wahl wieder Zeit. Fürth geht in Leverkusen mit 7 zu 1 unter. Aber wie kann das zustande kommen bei einem Verein, dessen größte Verstärkung im Sommer Gideon Jung und Jeremy Duziak heißen? Ja, ja, Bielefeld spielt wieder unentschieden und auch Köln tut sich weiterhin schwer, mehrmals in Serie zu gewinnen. Was mich aber am meisten interessiert, warum trägt Patrick Wimmer von Bielefeld immer noch ein Haarband? Die Übermacht Mainz hat den Gästen aus der Autostadt mal so richtig die Grenzen aufgezeigt. Und wenn selbst Meistercoach Florian Kohfeldt nichts mehr dagegen ausrichten kann, dann müssen die Wölfe personell wirklich katastrophal aufgestellt sein. Tja, Augsburg, gegen Bayern kann zu Hause jeder gewinnen. Aber mach das mal gegen den VfL Bochum. Naja gut, bis auf Fürth hat das bislang auch jeder zu Hause geschafft. Und wenn man das betrachtet, dann hat man Hoffnung, wo es mit dem FCA Augsburg noch hingehen kann. Als allererstes ist es mir wichtig herauszuheben, dass Dietmar ein toller Wohltäter und klasse Mensch ist. Einfach überragend. Frankfurt hingegen zeigt, dass sie ohne Ilse Ilsanker auf dem Feld einfach nicht mehr als ein unterdurchschnittlicher Bundesligist sind. Dass Felix Zweier gerne mal zweifelhafte Entscheidung grifft, ist nicht erst seit Samstagabend bekannt. Mats Hummels wollte mit seiner Aktion einfach nur deutlich machen, in was für einer Ellenbogengesellschaft wir leben. Aber klar, einmal ein bisschen Kontra ergeben, dann ist man wieder das Feindbild Nummer 1 beim DFB. Taifun Korkut hat es uns allen mal wieder gezeigt. Die Hertha ist einfach ein überragend besetzter Fußballklub. Naja gut, hinten sind sie offen wie ein Scheuntor. Und vorne sind sie bis auf Jovetic maximal zweitklassig besetzt. Und das Mittelfeld ist auch nur so lala. Aber hey, gegen einen verletzungsgeplagten Mittelklasse-VfB reicht es immerhin zu einem Punkt. Jeder Tag, an dem einem als Fußballfan die Hymnen von Scooter erspart bleiben, ist ein guter. Dieser war fantastisch. Extrem schade, dass es nach der ersten Halbzeit nicht noch zweistellig geworden ist. Aber hey, man soll sich mit den kleinen Dingen zufrieden geben. Jo, das waren 9 Spiele in ungefähr 90 Sekunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt gut in die Woche. Bis dann und haut rein. Bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.